Unglaublich! Henrik Wüst, der amtierende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat in einem kürzlichen Interview mit der renommierten Frankfurter Allgemeinen Zeitung kontroverse Aussagen über AfD gemacht. Diese Äußerungen werfen nicht nur ein Schlaglicht auf die gespannte Beziehung zwischen den etablierten Parteien und der AfD, sondern offenbaren auch, wie die politischen Diskurse innerhalb Deutschlands aktuell geführt werden. In dem Interview ging Wüst hart mit der AfD ins Gericht. Die Charakterisierung der gesamten Partei als Nazi-Partei ist ein ziemlicher Skandal. Er pauschalisiert damit Millionen von Menschen und es stellt sich die Frage, ist es angemessen, eine demokratisch gewählte Partei so zu betiteln? Welche Auswirkungen hat dies auf den politischen Dialog und die Demokratie im Allgemeinen? Wüst ist Mitglied der CDU, einer Partei, die sich in den letzten Jahren erheblich gewandelt hat. Früher als Mitte rechts und konservativ betrachtet, hat sich die CDU in jüngerer Zeit dem politischen Zentrum genähert. Einige Kritiker argumentieren, dass dieser Wandel der CDU dazu geführt hat, dass viele ihrer traditionellen Wähler zur AfD abgewandert sind. Wüst selbst räumt in dem Interview ein, dass der Markenkern der CDU nicht das Konservative war. Dies mag für viele überraschend kommen, die die CDU immer noch als konservative Kraft sehen. Die aktuelle politische Landschaft in Nordrhein-Westfalen ist ebenfalls interessant. Hier hat die CDU ein Bündnis mit den Grünen gebildet, eine schwarz-grüne Koalition. Diese Partnerschaft ist ein Zeichen für die sich verändernde Natur der CDU und auch ein Hinweis darauf, dass traditionelle politische Grenzen in Deutschland immer mehr verschwimmen. Inmitten dieser politischen Veränderungen versucht Wüst, seine Position zu stärken und die CDU als zentrale politische Kraft zu positionieren. In dem Interview stellt er die AfD als extreme Partei dar, möglicherweise in dem Bestreben, gemäßigte Wähler für sich zu gewinnen. Abschließend lässt sich sagen, dass Henrik Wüsts Äußerungen nicht nur ein Kommentar zur AfD, sondern auch ein Spiegelbild der tiefgreifenden politischen Veränderungen in Deutschland sind. Doch mit solchen Kampfparolen schießt er sich zunehmend ins Aus.